So, dieser Teil hier von Juan Dolio ist wirklich ganz naturbelassen. Man sieht hier diese wunderbaren Korallen hier und zerklüftete Korallen hier, die halt nur vom Wasser umspült werden direkt hier am Meeresrand. So, und was da alles für kleine und größere Pflanzen sich da aufhalten, das kann ich jetzt nicht sagen, aber zumindest ist das sowas von natürlich. Man freut sich direkt, das mal so anzusehen. Das kommt ja nicht so häufig vor. Die meisten Strände sind ja hier dann blitzeblank und mit Sand, ganz weißen Sand und auch herrliches Meer. Das heißt, dass es naturbelassen, sodass man bis auf den Grund und Boden gucken kann. Das ist jetzt hier, von hier aus kann ich das nicht so beurteilen, aber weiter vorne ist das schon der Fall. Hier Richtung Juan Dolio, wo nicht so viel Naturbelassenheit ist, sondern mehr die großen Hotels und kleinere Hotels stehen. So, da ist auch ein Hotel, wo man sieht dann, hier vorne ist alles zerklüftet und weiter hinten ist dann, ja, da ist dann wieder, es stehen die Palmen und ist halt eben auch mehr Sand. Ja, das war es jetzt mal von diesem Strandabschnitt hier. Natürlich belassen und man kann hier wirklich die Korallen direkt sehen.